Hallo und willkommen zurück bei Uncharted 3 Drags Deception. Ja, wir sind immer noch in diesem wunderbaren Schiffsfriedhof, wo wir entführt worden sind von irgendwelchen Piraten, wo ich immer noch nicht weiß, warum genau, weshalb und was die bezwecken wollen, weil die gute Frau uns ja eigentlich beseitigen wollte. Ja, ich lasse mich mal überraschen, was jetzt noch auf uns wartet. Dann kommt erst mal... Au, 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 au! Was zum? Geht direkt wieder heiß weiter hier, äh... Oh? Ernsthaft? Oh nein. Ähm, ach, komm, geh weg! Boah, scheiße! Boah! Gut, den hätten wir erledigt, aber wir haben jetzt noch jemanden und da auch noch jemanden und boah. Nein, ich mag die über... So, den haben wir mal... Oh, den hat er erwischt! Ähm, 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 hier, nimm das da! Scheiße! So, und hier, noch eine! Ah, jetzt kommt er! Alter, wie viel sind denn das? Okay, nochmal das Ganze. Das sind ja mehr, als ich erwartet habe. Boah! Wie geil war das denn jetzt, bitte? Dann machen die das Ding da unten auf und... Schwupp! Oh, fuck! Oh, ha! Fuck, 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 fuck! Hier, nehmt das da! Rums! Cool, da können wir gleich mal zwei, ähm, erledigen. Das war schon mal sehr gut. Wow! Meine Fresse, was ist denn hier los? So, da sehe ich schon wieder eine Granate fliegen. Von diesem Freund. Aber auch den können wir erledigen. Hui! Gut. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal hier Ruhe. Sprich, mal eben kurz Munition einsacken. Und dann geht's weiter. Abgesägte Schrot. Ja, das Einsatzschild könnte euch sonst wo hinstecken. Puh, so, was haben wir hier? Ja, muss heute irgendeinen Sinn haben. Ich habe keine Ahnung, was für einen zu klappen. Ist aber auch egal. Ähm... Meine Fresse. Ich bin ganz ehrlich, ich bin... Ähm... Ich bin froh, wenn das hier geschafft ist. Weil, was hier an... Ja... An der Schießerei los ist und leckofanny. Das hat man das ganze Spiel über noch nicht. Bisher war es ja mehr ruhig. Klar, hin und wieder hier auch eine Schießerei. Aber dann doch eher in Richtung, ähm... Rätsel. Was mir sehr gefallen hat. Aber jetzt haben wir hier mal wirklich eine... Action-Einlage. Wo Drake mal wieder versucht, überall rauszukommen. Ich glaube mal, wenn wir jetzt hier irgendwo um die Ecke gehen, erwartet uns der gleich wieder die nächste Schießerei. Woop, kommt Drake! Sehr gut. So, wir müssen jetzt irgendwie... Vor allem frage ich mich, wie bewegen sich die Typen überhaupt hier vorwärts? Ich habe noch einen Versuch. Oha! Das wäre beinahe schiefgegangen. Oder fest im Schiff. Okay. Ähm... Okay, da lang. Ach du Scheiße. Oh man, wohin soll das hier nur gehen, frage ich mich gerade. Hast du toll gemacht, Drake. Ähm... Drake? Hallo? Darüber? Nein, endlich. Ähm... Hat er irgendwie nicht angenommen, wenn ich doch rüber wollte. Aber jetzt... Jetzt sind wir drüben. Und weiter geht's dann. Hier rüber. Und runter. Run... 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 Tja, so. Ähm... Gut. Danach brauche ich eine Tetanusspritze. Das ist die Frage, wohin wir uns... Das blicke ich hier gerade nicht so ganz. Ah, da. Wir müssen uns hier jetzt fallen lassen. Und nochmal. So, pass. So, oh, wen haben wir denn da? Hallo. Und tschüss. Einmal kurz eine Runde schwimmen gehen. So, müssen wir jetzt da rüber, wenn ich das richtig sehe, ja? Gut, springen wir mal da rüber. Oh, nein. Scheiße. Oh, fuck. Das ist natürlich jetzt alles andere als praktisch. Boah. Ich hab mir mal die Waffe mitgenommen. Also wenn wir jetzt verrecken müssen, müssen wir aber erst mal die Waffe mitnehmen. Die geht schon mal dazu. Ah, das regt mich gerade auf. Ich schon. Ja, das werd man nicht schaffen. Ah, so eine Scheiße mit der Waffe kommen wir hier nicht weit, die wir da haben. Dann müssen wir schon die Waffen wechseln. Na, geil. Können wir da nochmal rüber, nochmal zurück. Komm. Ah, das ist doch scheiße jetzt. Weil mit dem Auffe komme ich nicht weit. Drake jetzt springe noch einmal nach hinten, Mensch. Nein, nicht zur Seite. Nach hinten. Ah, super. Ganz toll. Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Erstmal kurz Leben regenerieren. Komplett. Weil irgendwie will er nicht wieder zurückspringen. Ja, das ärgert mich jetzt natürlich jetzt enorm. So, den haben wir hoffentlich. Klop. Und schauen wir mal, ob wir den da hinten auch noch kommen. Ja, den haben wir auch. Über Deckung. Mann. Und zweifel kann man noch. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt nichts wird. So lang. Den haben wir auch. Sehr gut. Kann man nur noch einen einzigen Schuss. Natürlich unpraktisch. Wenn wir uns beeilen. Wir haben Drake noch mal. Noch mal. Sehr gut. So, den hätten wir auch. Es geht auch weiter. Ach, was ist das zum... Ich kann schon wieder kotzen. Ja, das nervt gerade enorm, dass wir dieses... Diesen verdammten... Wie gesagt, die verdammte Waffe da nicht mit dem rum haben. Sondern mit diesem Schrotpistole haben. Wow. Und die ist jetzt gleich schon wieder leer. Ah, ganz geil. Und dann noch mal schnell rüber. Irgendwie versuchen. Schön vorsichtig. So, einmal hoch. So, den hätten wir. Und jetzt haben wir endlich eine anständige Waffe. Anständige Pistole, mit der wir hier hoffentlich weiterkommen. Dann haben wir die G-Mal. Die G-Mal. Die werden wir jetzt auch mal mitnehmen. So, die Frage, wie geht es denn hier weiter überhaupt? Ähm. Ah, müssen wir rüber, okay. Ich bin gerade froh, dass wir das so hingekriegt haben. Mit Hängen und Würgen. So, der ist weg. Wow. Ähm. Wo kommt der denn schon wieder her? Naja, ist mir auch egal. Auf jeden Fall ist er weg. Wow. Erstmal die da unten ausschalten. Die da irgendwo waren. Hallo? Wo seid ihr hin? Ähm. Okay. Ah, sie bewegen sich doch noch. Ich dachte schon. Kommen da gar nicht mehr raus. Da oben war noch einer. So, den hätten wir. Nein, das bist du. Komm, komm, komm. Bleib warm. Scheiße. Okay, mal eben kurz in Deckung gehen. Ruhe. Weil jetzt haben wir doch einiges an Schuss vom Ballern. Mal eben kurz. So, der ist auch weg. Weiter geht's. War jetzt klar, dass es kommt. Machen wir da noch einen. So, die haben wir beide ausgeschaltet. Jetzt haben wir beide ausgeschaltet. Dann gehen wir mal weiter. Nein! Was war das denn? Das ist so los, dass der einmal komplett nach unten fällt. Fand ich jetzt nicht so geil. So, einmal hier hoch. Was haben wir hier? Oh, eine Granate. Ist immer gut. Wissen wir ja. Dann können wir hier rauf. Okay, gehen wir mal da hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Gerade hier. So, uah. Gut, ich schaue mich mal eben kurz um. Kann ich da durch? Ich kann doch hier diese Explosivkanister nehmen. So, springen wir mal hier drüben dran. Wie sagst du? So, den hätten wir. Abwärts. Und da liegt der irgendwo unter uns. So. Dann geht es weiter. Höp. Einmal hoch. Einmal zur Seite. So. Halt. Und tschüss. Oh, da unten. Scheiße. Puh. Den konnten wir Gott sei Dank ausschalten. und das mit Kopfschuss. Ah, das ist doch auch mal ein... Jawohl. Und tschüss. Okay, da kommen wir auch so rum. Oh, scheiße. Das war die falsche Zeit. Kann mal passieren nach einer längeren Pause, oder? Ähm, hallo? Granate? Oder eine Granate? Da. Cool. Die Granaten stehen jetzt in der Luft. Kleiner Bug am Rande. Aber heim so wild. So, weiter raus hier. Okay. Gleich geschafft. Irgendwas sagt mir, wir werden hier noch überrascht. Ich schaue mich hier nochmal eben um. Okay, aus der Richtung wird von nix kommen. Boah, das sieht hier aber auch aus. Äh, leck mich am Arsch. Ich frage mich überhaupt, was das ist. Dubai, Indien. Hm, ob wir hier in Indien sind, frage ich mich. Das ist die Frage, müssen wir oben weiter, oder? Ja, hier geht's weiter. Okay. Weil's so nicht offensichtlich, wenn ich ehrlich bin. Ach, guck mal dann. Luxuskreuzer da hinten. Okay, endlich jetzt. Oh, das muss ein Witz sein. Ja, das war doch zu erwarten, oder? Oh, da macht Fernglas. Okay, Plan B. Moment. Wo willst du hin? Ähm... Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Na super, wie kommen wir denn da hin? Ich mein, der Weg da hin ist jetzt nicht gerade kurz, oder? Ähm, also. Achso, da können wir noch mal so ein Ding nutzen. Okay. Ja, ich wollte gerade mal gucken. Ah, Schatz. Dachte ich's mir doch. Punkt, muss doch ein Schatz sein hier. So, ähm... Ja, da können wir das Ding benutzen und dann kommen wir runter. Machen wir einfach mal... Oh, Mist. Oh, fuck. Oh, oh. Au. Na toll, Drake. Jetzt gehen wir auch noch schwimmen. Und wieder sind wir im Wasser. Ach, Mann. Und wieder geht es hier gegen die ganzen Halunken. Zur Sache... Oh, Mann. Oh, fuck, 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 fuck. Uh. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so geil. So, den hätten wir. Irgendwo da oben ist noch einer. Wow. Hui, das war knapp. So, jetzt haben wir ein paar erledigt. Schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Aus dieser Suppe. Ich bin ja ganz ehrlich, so langsam will ich hier echt raus aus dem... Ja, ich finde das bisher im Eck, denn das sind die nervigsten Teile dieses dritten Teils. Mal wieder die G-Mal. Die nehmen wir gleich wieder mit. Ich dachte, das wär's dann nämlich. Gut, darunter gehen wir jetzt nicht. Wir bleiben mal hier oben. Und dann mal rauf hier. Mei, oh, mei, oh, mei. Ähm. Ah, hier können wir runter, okay. Okay, da geht's einfach nur sonst wohin. Jetzt schau ich mal, dass ich hier rauskomme wieder. Wow. Er scheint uns nicht gesehen zu haben. Das könnte zu unserem Vorteil gereichen. Wow. Wow, 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 wow. Du brauchst gar nicht einfach zu schießen, Kollege. So, endlich. Aua. Haben wir nicht aufgepasst? So, den hätten wir beseitigt. Das war jetzt sehr nützlich für uns. So, da scheint auch noch einer zu sein. Oder auch nicht. Nein, wir kommen einfach raus. Okay, springen wir mal. Oh, Mann. Das sieht schon besser aus. Ja? Findest du, dass das besser aussieht? Für mich sieht das immer noch ziemlich beschissen aus. Raue See. Na dann. Irgendwann so. Dann ersparen wir uns nämlich schon mal ein bisschen Ärger. drüber habe ich schon die nächsten Gegner gesehen. Vielleicht kann ich die umgehen, indem ich hier entlang gehe. Was? Puh, das war Glück. Ich fühle mich jetzt gerade scheiße hier. Es sind auch sehr viele Gegner in der Umgebung. der bewegt sich in unsere Richtung. Ich werde gerade mal hier stehen und gucke mal, wann er sich wieder umdreht. Dann werde ich mal in seine Richtung gehen wieder. Okay, der ist... Jawohl. Auch der ist beseitigt. Dann war hier vorne noch einer. Oh, oh. So, hervorragend. Jetzt haben wir hier nämlich ein bisschen Zeit, uns mal umzuschauen. Keine Ahnung, ob wir... Was ist denn auf einmal her? So, und tschüss. Der hängt da jetzt mit einem Bein und auch irgendwie dazwischen. So, ich hoffe, es hat keiner gehört. Na, hervorragend. Wir sind doch hier mal komplett ohne Probleme durchgekommen. Gefällt mir sehr gut. Ähm... Und jetzt? Na toll, das lief jetzt so gut bis hierhin. Was ist jetzt? Na, wir haben noch einen Schatz. Super, noch mal einen jetzt. Na, von euch, ne? Ich hab keine Ahnung. Okay, der Prüfer hat mich eingesehen. Ach, man, hab ich mich so gefreut, dass wir da... Au, 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 au. Hab ich mich so gefreut, dass wir hier so gut durchgekommen sind und dann so eine Scheiße da. Das ärgert mich jetzt. So, den hätten wir. Der hin. Komm, einmal nachladen und dann geht's weiter. So, den haben wir beseitigt. So, den hätten wir auch beseitigt. Irgendwie sollen wir dort drüben sind. Ich hab keine Ahnung, warum genau. Aber noch einen Schatz, hervorragend. Uah! Ich hoffe mal, wir begegnen sich nicht mehr allzu vielen Gegnern. Ich weiß noch, haben wir ja eigentlich schon auf dem Hinweg beseitigt, aber das Spiel, das, äh... Ja, bringt's ja öfters mal Gatt. Ach! Mann, Drake! Au! Shield! Drake! Fuck, fuck, fuck! Au, Dreck! Oh, nein! Ihr dürft mich hier nicht zurücklassen! Komm, Drake! Lauf, 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 lauf! Das schaffen wir aber auch, Drake! Wir sind am Schiff angekommen. So, lass das mal los. Ich schnapp dir diese Waffe hier, weil ich glaube... Hier! Ähm... Oh, scheiße! So, den hätten wir auch. Da auch noch einer raus. Ich übernehme das Schiff, meine Freunde. Boah, von da oben irgendwo, das ist gar nicht gut. Von der Seite! Und von da auch noch! Boah! Von überall, komm, regenerier nicht! Scheiße, ist das knapp hier gerade. So, ich geh da mal eben kurz in die Bill-Seiting. Boah! So, den hätten wir. Boah! Scheißkerl! So, den hätten wir auch. Und den hätten wir auch. Boah! Übelst! So, hier haben wir eine Sniper. Wack, 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 von oben! Nein, von hinten! Oh! Scheiße! Boah! Gut, Drake! Er regeneriert sich. Gott sei Dank! Heilige Scheiße! Die Frage Wird geschossen Oh, oh, oh Hallo, Drake Ich habe mir keine Granaten mehr Oh, scheiße Vergabe Granate werfen Ich habe gar keine mehr Oh Oh, heilig Okay Es wird vielleicht Zeit Das Schiff zu wechseln Huiuiui Da sinkt das Schiff von eben und Wir kriegen wieder Besuch Oh, Mann, Mann Hier nimmt das Nein, geht noch in Deckung Geht noch in Deckung Oh, gar nicht gut Wow Einmal ausgewicheln Und zack und zack So, haben wir den erledigt Boah Komm her Oh, Mann Nimmt das da gerade mal mit Keine Ahnung, ob das gut ist Oh, Mann Was ist jetzt Scheiße, scheiße Oh, fuck Boah Da haben sie uns volle Lotte erwischt So ein Scheiß Boah Leckofan Okay Jetzt müssen wir die da drüben irgendwie ausschalten Boah Hier was treffen Boah Die Paddy Scheiß Nein, nicht die Hier Oh, fuck daneben Volle Lotte daneben gezielt So Und tschüss da drüben So, Drake Wir müssen jetzt auch irgendwie hier weg Oh, Mann Nein, 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 nein Yeah Und da sind wir weg Auf dem Schiff Auf Kreuzfahrt Ui, 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 meine Freunde Da wären wir also am Schiff angekommen Und Mann, das war doch mal eine abenteuerliche Folge, oder? Mit viel Großen Wellen So wie die Die gerade auf uns zukommen Aber ich glaube Hier sind wir erstmal sicher Und dann schauen wir in der nächsten Folge Was uns hier erwartet Ob wir Sully wiederfinden Und ob wir dann endlich Hier Aus dieser See Von diesen Schiffen Herunterkommen Also vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Hier bei Uncharted 3 Drake's Deception